So, dieses Lüftungsgerät versorgt also die Halle neben uns mit 100% frischer Luft das ganze Jahr über, damit die Spieler jederzeit ihre volle Leistung abrufen können. Es ist ein Amista Flex mit integrierter Kühlung und ist darüber hinaus ausgerüstet mit unserem neuen Handterminal mit Touchscreen. Während des Sommers konnte der Projektleiter Markus dieses Gerät problemlos aus der Ferne überwachen und steuern. Er nutzte dafür unseren Cloud-Service iV-Produkt Cloud. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder hinein und hören uns an, was einige Spieler zu berichten haben. Hallo, hallo. Wartet kurz. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Ich wollte euch nur eine Frage stellen. Nur aus Neugierde. Wer gewinnt denn eigentlich gerade? Wir gewinnen. Na ja, vielleicht. Okay. Ich wollte eigentlich nur fragen, warum ihr euch entschieden habt, in dieser Paddelhalle zu spielen. Es gibt ja noch andere Paddelhallen in der Umgebung. Wir spielen sehr gerne hier. Die Plätze sind von hoher Qualität, mit einem guten Licht, geringem Lärm und richtig guter Belüftung. Also auch richtig gute Luft im Sommer. Selbst wenn es draußen warm ist, haben wir im Inneren gute Raumtemperaturen. Und die Temperatur wird konstant gehalten. Somit könnt ihr eure beste Leistung bringen. Da hält man das ganze Match durch. Das hört sich doch gut an. Das war auch schon alles, was ich wissen wollte. Vielen Dank und viel Glück im letzten Satz. Danke. Jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal.